Musik Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Blade Donkey Kong Country 2 So, ein Tag ist vergangen, ich habe jetzt Fein, seit 20 Minuten, 21 Minuten Und wir können jetzt weitergehen in dem Spiel Nämlich jetzt sind wir in dem Creamland Und wie ihr schon direkt von Anfang an seht Ey Na gut Ich bin nicht so gut in diesem Spiel Ich bin nicht so gut in diesem Land Deswegen habe ich gestern ja auch extra in meinem letzten Video extra früher aufgehört Weil ich genau wusste Ja Da seht ihr Was ich meine Ging es jetzt mal Das war jetzt gerade eben auch wirklich gut Aber da seht ihr genau, was ich meine Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt, dieses Land hier Ich denke mal, es ist ja auch nicht wirklich die Welt von den anderen Was ist hier Waren wir da nicht gerade? Nein Das ist interessant Boom Cool, cool Zwei Bs Auf einmal Okay, jetzt gehen wir weiter Es ist einfach ein Scheißland Es ist einfach ein Scheißland Es ist so ähnlich wie Gut, für mich ist es jetzt nicht so schlimm wie der Wassertempel aus Zelda Aber für mich ist es fast so schlimm Ja, genau deswegen Weil ich es dann überhaupt nicht kann Und ich auch keine Ahnung habe, wie man sich da immer in dem Honig festhalten muss Cool, zwei Leben Dramatische Musik Fail Dramatische Musik hin und her Das war jetzt nichts Ich mach das mal mit Dixie Ich glaub mit der geht das ein bisschen schneller Beziehungsweise besser Scheiße Geil Ach, meine Fresse, ey Ich denke, ich kann wieder so blöd an Bestimmt ist es nicht mal so schwer Nur ich mach's mir wieder schwer Ich mein, ich kann's ja Ich mein, ich kann's ja Ihr seht's ja Wow Wow Boom Zwei Leben, die verloren wieder Das war jetzt unfair Bumm. Scheiß Stachlenschwein. Da ist eine Haken. JEEEEEEEEEE! Ha! Und die kann über Honig laufen. ...epich. Deswegen ist ich bin einfach am geilsten. Und jetzt sind wir... Glaube ich auch bald mal am Ende. Warum müssen wir nach hier? Wegen dem Weh oder Weh? Ne, das ist bestimmt die Dekamen zu. Ja. Ach, wie ist das erstes N? Nein. Muss ja nochmal hier dahin. Toll. Kommen wir selber hoch. Klappern. Was gibt's hier? Das ist nur was. Ja, da sind Bananen nach oben. Ein Geheimgang! Finde die Münze. Jetzt müssen wir wieder spinnen. Aber ist das doch halb so wild. Das war jetzt fast schon zu leicht. So. Oh, Mann! Ein blöder Wichser. Oh, Mann! Das war knapp. Da war ein Haken! Oh, Mann! Hm! Ach, jetzt durfte ich den Weg überspringen. Cool. Na gut, der PSD bin ja eh verboten. Das heißt, soviel haben wir nicht verpasst. Haken wir ja noch. Soviel ist das mal, der PSD zu woher geht... Ich muss es nicht verpasst. Aber in einem Zustand ist einfach richtig, dass wir nicht verpasst. Und die an meinem Urlaub sind, dass wir zum Schluss gehen können. Ich muss es nicht verpasst. Disco-Train! Ah, herrlich. Ja, das sind Devils, die ich liebe. Ihr habt jetzt gesehen, was wir machen müssen. Überall, wo ein Haken ist, das müssen wir aktivieren. Überall, wo ein Kreuz ist, müssen wir nicht aktivieren. So was. Und der wirft jetzt noch ein Fässer nach uns. Zack! Seht ihr? Kreuz, wenn ich es aktiviert, dann wäre jetzt einer von uns weg. Scheiße. Zack! Die Bässe sind schon verpasst. Zwei Stück, glaube ich. Dekar-Münze. 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 Gut, scheiße, zack. Ui. Haha, cool. Yeah. Did he rocked. Oh, no. Ich hab einen Hass drauf, ich hab einen Hass drauf, diese Scheiße hier. Oh ja, komm, ey, leck mich am Arsch. Ich bin eigentlich, was das Seilklettern und so'n Kram angeht, bin ich echt gut drin. Aber bestimmt nicht in diesem Land hier. Boah, macht mir ja fast noch der Käfer platt. Papagei! Super! Super! Komischerweise klappt's mir Didi leichter. Oh, Mann! Ich glaub ich, das war jetzt grad nur ein Spielefehler, oder? Also, dass ich letztendlich dagegen gekommen bin. Ich fliege noch so durch. Oh, oh! Na toll, das ist doch irgendwann auch noch so'ne scheiß Biene. Ne, da geh ich ja nicht hin. Ist mir grad zu riskant. Oh, Mann! Okay, langsam runter, langsam runter, ganz halt. Genau deswegen... Arschloch! Oh! Jetzt müssen wir schnell runter, okay. Wir langsam... Das nur los. Wir machen Schalen, sagen wir so. Eine Staude! Äh! Okay. Ja. Ich geh nach oben. Ich geh nach unten, langsam runter. Das ist nur das... Oh, da wollen wir jetzt hin. Okay. Uff! Ja, da wollen wir jetzt auch nicht hin. Bananen-Halbzeit! Wow! Geil! Geil! So blöd hab ich mich echt noch nie angestellt. Was mach ich denn? Warum will ich denn nicht einfach nach oben? Maaan! So. Fertig ist es. Zack! Zack! Wirklich, haben wir... Oh, ja! Ist gut, ey! Halt doch die Fresse! Halt doch einfach die Fresse! Oh Gott! Ich kann mich grad wieder so aufregen! Ich hasse diese Level! Alle! Ja, schön! Schieß doch! Wirklich! 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 Okay! Ruhig! 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 Ich muss jetzt ganz gut bleiben! Zuerst hängen meine aufmachen! Jetzt geht's wieder auf! Ruhig! 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 Ich muss mich selber beruhigen! Sonst mach ich hier nicht zu! Kann schon am Boden? Ich kann am Boden! Cool! Wusste ich nicht! Ruhig! 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 Krass! Darf ich mich jetzt geil fühlen oder so? Also ich glaube schon! Ich darf ein bisschen gebissen! Darf ich jetzt bestimmt! Weil das war ja... Boah! Kack- кадと waste his name! Kack-raben-geier-wix-dinger, ey was auch immer. Hahahaha. cool! Arschloch! Das muss ich mir zu werfen! ist mir egal, ich hab's durch, ich hab's durch es war aber erst das erste von denen es kommen ja noch mehr von diesen scheiß wichsdingern hier die aktraumfahrt ah verdammt, ich brauch helfer ich hab's durch, ich hab's durch den Eingang gibt ich besiege alle nochmal an so, schaut mal da unten in die Ritze da könnten wir hin was müssen wir hier machen wir müssen eigentlich nur durch aber um die DK-Mitte zu bekommen müssen wir erster werden so, jetzt haben wir schon sechster fünf da fünf da feit so, jetzt haben wir drei